Die Bridge bietet dir eine super einfache Möglichkeit, deine zuletzt getroffenen Einstellungen auf andere Bilder zu übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild einmal in Camera Raw öffne und angenommen, ich habe jetzt hier meine Einstellungen gerade getroffen und jetzt importiere ich neue Bilder in diesen Ordner, die einfach keine Einstellungen haben, dann kann ich hier auf das neue Bild einfach einen Rechtsklick drauf machen, gehe auf Entwicklungseinstellungen und sage Vorherige Konvertierung. Und jetzt bekommt dieses Bild genau die gleichen Einstellungen wie das Bild, was ich zuletzt offen hatte. Du kannst natürlich auch mehrere Bilder auswählen, dann einen Rechtsklick drauf machen und genau das gleiche sagen, dann überträgt sich das auf alle Bilder, die du markiert hast.